ja hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem youtube kanal wie ihr seht sind wir schon fast durch und ja unser kumpel musste das zeitliche segen ja jetzt bauen wir uns mal ein paar waffen aus unserem kumpel sind quasi so komische würmer raus oder so weiß nicht wie man das am besten beschreibt und ja ich brauche noch glaube ich ein paar waffen mehr kopfschmerztabletten dürfen natürlich nicht fehlen so knochensäge ja noch eine knochensäge ja kann ich nichts draus bauen vielleicht im vorschlaghammer auch nichts ja wir sind quasi mit der waffenanzahl jetzt gerade ziemlich wie soll ich sagen beschnitten und ja schauen wir mal was uns jetzt so erwartet ein besen nehme ich mal nicht mit haushaltsreiniger ein kaffee so ziemlich dunkel hier ich sehe es selber fast nichts zwölf nummer zwölf ich weiß wer du bist wer sind sie ich bin isabella keys sie ich habe auf dich so lange gewartet sie sind schuld am hüller mettausbruch sie haben die nur getötet ich bin keine terroristin die welt hat so lange lügen über mich verbreitet ich werde das ändern mit ihr wovon zum teufel reden sie keine zeitverklärung aber du wirst nicht dasselbe schicksal erleiden wie dein freund in dir werden keine würmer leben das können sie nicht was wissen sie noch sagen sie es mir jetzt komm ich erklärs dir wenn wir sicher sind bitte vertrau mir ich lasse mich nicht hier es ist zu wichtig los zur lagerhalle am hafen wir haben ein flugzeug und fliehen äh wir treffen uns dort und dann erzähle ich dir alles wenn ich dich nicht lebend kriege tranz ich gern deine Reste von der Wand soo wir sind jetzt wieder hier ja anscheinend sind wir immun gegen irgendwas nimm das du Lada oh das war knapp nimm das oh 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 der hat mir fast den Pferdekopf ja da verschreit es noch ne oh 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 hier brennt es hier brennt es schnell raus sonst sind wir durch soo Bleirohr ich kann leider nichts daraus bauen ha da hat der eine am Schädel bekommen soo räumen wir mal zusammen ok die kommen von oben rein nimm das nimm das so mal etwas hochhören und ja ja geh mir weg ich will keine von dir ok diese Waffe ist wirklich schwach check check ah komm was soll das ok räumen wir mal hier zusammen ja ja zwischen uns stimmt nicht nur die Chemie sondern auch die Spannung ah ja ich weiß schlechter Wortwitz aber gehören auch dazu na komm so ich glaub dass diese Waffe auch schießen kann ja na komm Das ist ja schon knapp. Passion. Baseballschläger. Okay, hier brennt es ziemlich. So. Vorschlag haben wir natürlich. Nehme ich mit. Na komm, schön langsam reicht es wirklich. So eine Waffe wäre natürlich vom Vorteil. Eine die schießt. Ach komm. Ja jetzt wollte ich fast vorbei hechten. Oh mein Gott. Ja, ich glaube hier ist so eine Stelle, wo ich eventuell sterben könnte. Okay, komm. Mann. Alter. So, jetzt gehe ich mal hier rein. Ich glaube hier bin ich noch sicher vor die Zombies. Aber ich glaube ich werde dann ein kleines Problem bekommen. Und zwar, ich habe nichts zu schießen. Aber ich fress mich mal voll. Ja, ja. Ihr kleinen Zombies. Es ist doch nicht vorbei. Ja, für mich leider schon, denn ich habe bald nichts mehr zu melden hier. Na komm, wie unfair ist das hier? Das ist wirklich nicht normal hier. Hier brennt alles. Hier brennt wirklich alles. Ich sterbe gleich. Und hänge in der Textur. Ich sterbe in der Textur. Nein. Hey, ihr habt es gesehen. Das war mehr als unfair. Wirklich. Ja, es tut mir leid. Nochmal gestorben. Aber ich werde es natürlich nicht wegschneiden. Denn ich stehe zu meinen kleinen Fehlern. Ja, da wir das bald durchhaben, überlege ich schon die ganze Zeit, was mein nächstes Projekt sein könnte. Welches Spiel? Vielleicht könnt ihr auch mir etwas Feedback geben. Oder eventuell eine Idee. Ja, ja. Das habe ich schon alles gesehen. So, komm her. Na, ja. Und das Feuer. Was soll das Feuer hier? Das ist ja wirklich unfair. So. Zementsäge. Na, wenigstens was. So, Ziegelsteine. Nee, mit denen kann ich nichts anfangen. So. Könnte man schon fast meinen, das Spiel ist unfair. Wow. So. Aber ich bin flink wie ein Wiesel. Ah, da habe ich es verschrien. Ich kann es nicht mehr machen. Ha. Komm. Jetzt hat er mich... Oh, das war knapp. Das war knapp. Ich dachte nicht, dass es noch mal so schwer werden könnte. Aber ich finde das wirklich nicht leicht. Na, komm. Na, komm. Erstmal erledigen. Du schwach, komm. So. Etwas Nahrung wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ja, ja, jetzt hätten wir das wieder unter Spannung. Das sieht man leider nicht. So, hier sind meine Rationen. Ah, die hat es mir aus der Hand geworfen. Interessant. Okay, ich muss wirklich wieder durchs Feuer. So, diesmal keine Zeit verlieren. Ja, ja, das war knapp. Enchanted spielt derzeit auch eine große Rolle. Oh. Ich habe es mir gedacht, aber... Oh. Na, beißt ihr an. Ah, komm. Der beißt mich. Zieht euch was an. Mann, die haben es drauf. Die werden immer schlimmer. So. Ja, super. Ach, komm. Ja, ich weiß, ich brenne, aber ich muss jetzt unbedingt... Du bist für mich wach. Du bist für mich wach, Tester. Du bist für mich wach, Tester. Du bist für mich wach, Tester. So. Natürlich habe ich jetzt noch ein kleines Ass im Ärmel. So. So. Probieren wir es mal mit dem. Na, siehste. So. Und wieder einmal querfällt ein durchs Feuer. Ah komm Ah falsche Waffe, denn ich will einen mit mehr Wumms Ich glaube jetzt habe ich ihn gleich Oh ja knappe Geschichte knappe Geschichte Und noch mal knappe Geschichte Aber ich glaube ich habe es geschafft Vorsicht natürlich Ja tut mir leid diesen einen Fehl Ja das kann passieren Ich krieg dich tot oder lebend zwölf Das verspreche ich Marian Dummes Ding Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Du bist Ich flieh' aus der scheiß Stadt. Ich nehme meine Freunde mit. Aus die scheiß Karaoke-Bar. So, jetzt müssen wir durch... Ups, das wollte ich nicht. Oh ja. Ich glaube, dass ich das kombinieren kann. Ja, sieht ja gut aus. Saurer Regen. Habe ich mir noch nie gebaut. Bin gespannt, was das macht. So, wo ist mein erstes Opfer? Ah, hier. Saurer Regen. Oh. Saurer Regen. Saurer Regen. Saurer Regen. In Wirklichkeit ist das Furzgas von mir. Nimm das. Blunder. Blunder. Ja, ja. Da hat er nicht Unrecht. Aber sie sterben. Riesendeckel. Ramm. Ramm. So. Ich glaube, hier mache ich einen kleinen Boden. Denn hier sind einfach zu viele. Ja. Ja. Hätte er klappen können hier rauf. So. Vorschlaghammer. Sage ich nicht nein. Alles, was irgendwie eine Waffe ist. Nehme ich... Ne, ne Schaufel nicht. Und... Ah, hier habe ich was Schönes. Einmal Breitschwert, einmal Motoröl und ich bekomme eine Lieblingswaffe. Und zwar das Flammenschwert. Ja, Baby. Ja, zwar nicht so die Lieblingswaffe, aber mir gefällt sie sehr. So, die ist schon fast kaputt. Ah, ich glaube, ich habe einen erwischt. Die ist auch gleich weg. Und? Ne, nicht erwischt. Ja, ich hoffe, übrigens, Entschuldige, übrigens, ihr hattet Spaß bis jetzt mit mir. Ich gebe mein Bestes. Und ja, hoffe, ihr seht euch meine Videos auch in Zukunft noch an. Ich denke, dass ich schon etwas Potenzial habe, um eventuell etwas größer zu werden. Mal gucken. Oh, nimm das. Ja, ja. Und dies. Und das. So. Und einen Hechtsprung durch. Und... Ja. Und... Nochmal ging nicht mehr. Oh, hier sind ein paar Sturmgewehr. Ja. Bleirohr. Aber ich glaube, hier kann ich was Gutes bauen, aber zuerst mal in Sicherheit. vor den Zombies. Ja, genau. Und zwar den Splitterschuss. Batsch. Hey, ich dachte eigentlich gerade, den hätte ich weggeschossen. Jetzt ist er weg. Ah, das war mein Flammenschwert. Komm, weg. Na, ich habe mein Flammenschwert weggeschossen. Und ich dachte schon, das ist ein Bug oder so. Oh ja, die nehme ich mit. Oh, ich habe eine Bienenkönigin für euch. Und... Batsch. Und... Du kommst nach. So, einen Autoreifen. Warum nicht? Ah, die bettelt ja schon so richtig. Batsch. Okay, das hatte nicht den gewünschten Erfolg. Aber jetzt... Pack. Ich habe auch einen Eimer. Ich schieße mit allem, was ich finde. So. Ich hätte eigentlich gehofft, dass er explodiert. Aber ja, man kann natürlich nicht alles haben. Aber man kann es versuchen. Okay, hier ist ein Laden. Den ich gut gebrauchen könnte. Mal schauen, was hier so liegt. Am, am, am. Nee. Ah, eine Sense. Jawohl. So, ich glaube, das war noch Benzin. Ja, jetzt frisieren wir das rauf. Das ist schon eine Zweierkombi. Ja, ja, ich mag meine brennenden Sachen. Die ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und jetzt raus. Sieh mal einer an. Unser alter Kumpel von Highway. Du kennst uns doch noch. Na klar doch. Hey. Wir erinnern uns von ganz gut. Du bist... Wir erinnern uns doch mal. 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 Vielen Dank.